Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Gotik 2 Die Nacht des Raben. Wir sind hier weiterhin beschäftigt mit der Orkschnetzlerei und da gehören auch ihre Schoßhündchen, die Warks, dazu. Ja, würdest du dich pullen lassen, du scheiß Viech? Ja, ja, hallo. Wark? Alter, bist du bekloppt? Ja, wird ja. Ah, jetzt kommen alle, ne? Hui, ja, leg sie weg. Na, auf damit. Kajanga, da freut mich, kommen alle. Alle auf einmal. Und nochmal laden. Also, letztes Mal war es nicht so. Alter, es waren jetzt sieben Warks oder so, da haben wir keine Meter. Soll ich da einen Zauber reinjagen? Bin ich auch schon mal überlegen. Mit der Bild Glück nämlich treffen wir auch noch den Elite-Dings. Das wird sich hier schon eigentlich rendieren, muss ich ganz ehrlich sagen. So einen Feuerball reinhauen, also so ein Feuerregen. Mal schauen, ob der was bringt. So, auf Nummer sieben. Ist ja nun mal ein Versuch, ne? So. Ich wollte die Elite. Scheiße. Naja, muss halt so hinhauen. Hat das jetzt was gebracht? Nein, ich war zu wenig weit vorn. Toll, ey. Mann, ey. Alter. Ich kriege ja noch einen Ladebug, wenn es so weitergeht. Smile. Aber schaut hin, die sind instant tot. Das passt. Äh, gut. Und nochmal der Feuerregen und so, ne? Auf sieben und so, ne? Und speichern, ne? Ne, so, ne? Ja. Ich wollte jetzt eigentlich auf die Orkelite da, oder zumindest auf den Wag. Mal schauen. Theoretisch müssen alle abnippeln. Ich glaube, das hat prima hingehauen. Na, na, sehr wohl. Leute, das hat super hingehauen. Das war eine spitzenmäßige Investition. Ich hoffe auch, dass alle Punkte gezählt haben. Jo, haben sie. Hoffe ich halt. Aber ich glaube schon. Ist das nur einer? Jo, ist nur ein Hündchen. Okay, dann habe ich hier noch einen. Und da noch einen. Und hier noch einen. Und da noch einen. Jetzt haben wir bald wieder Stufe. Up. Und du denkst, das bringt sich halt schon was. Soll ich das riskieren? Die hau ich wieder um, ne? Ein bisschen sauber sparen. Jetzt bin ich schon echt verleitet, nochmal ein Feuerregen zu wirken. Komm, schick. Hm? Zügt deine Klinge. Ja, ja. Ist es so weit. Da, 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 da. Tü, 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 tü. So, mal schauen. Kommt ein Elite mit? Nein, Gott sei Dank nicht. Nur zwei Kriegerleins. Und die schaffen wir schon. Kachanga. Komm. Kachanga. Jawohl, nochmal. Halt, halt. Kachikachanga. Oh, gut. Nochmal. Komm. Mach Blitz. Moin. Jawohl. Du blöder Ork. Du kriegst auch eine auf die Fresse. Jaja. Dann schaust du hübscher aus als jetzt mit Sicherheit. Da. Kachanga. Und. Bäm. Schön, Blocki. Ja? Jawohl. Das war's mit dir, du Mistkerl. Sehr schön. Das läuft ja schon super. Nichts zu plündern. Aber, äh. Nichts zu plündern. Im Ernst. Der hat nix. Arm wie ne Kirchenmaus. So, den Zauber tu ich weg. Nicht, dass ich mich aus Versehen verklicken tu. Das wär nix schön. So. Dann tun wir was saufen. Pröstelchen. Auf euer Wohl. Ja, ja. So schaut's aus. So. Und dann noch ein köstliches Schwammerl. So. Passt. Die Klaue. Bela gezückt. Und einmal flott gespeichert. Perfekt. Und auf geht's. Da, 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 da. Aha, da spinnt ihr Rumpel rum, die Klaue. Tun wir sie wieder einstecken. Da, 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 da. Jetzt haben wir nur mehr einen Krieger und einen Elite-Burschen, ne? Hoffen wir's mal, dass wir das hingeferkelt bekommen tun. Ja, ja, da kommen sie schon, ne? Huch, 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 huch. Steht weg. Komm. Jawohl. Wow. Ne? So. Kachanga. Und. Ja? Kachanga. Mach, mach. Und Kachanga. Na bitte, komm, lass mich nicht hängen. Jawohl. Und nochmal, wenn's geht. Ja, äh, nicht böse. Komm. Kachanga. Ja. Und. Bäm. Das war's mit dir, du Mistviech. Sehr schön. Der Krieger, ja, hat noch ein paar Münzen für uns. Super. Das schaut ja echt nach was aus, muss ich sagen. Und wir sind schon wieder durstig. Ja, ne? So, lege ich gerade, ob's hier eine Schlafmöglichkeit gibt, aber ich glaub nicht wirklich. So, dann wieder ein paar Schwammerlass hier vielleicht. So und so. Und so. Passt. Schlaue gezückt und wieder fröhlich speichern. Juhu. Passt. Bei den Drachensnabbern bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, die, ähm, ja, einfach so anzugreifen. Eine Fleischschwanze. Tschüss. Und da oben geht der Ork-Zirkus schon weiter. So, hier nehmen wir noch alles mit, was wir kriegen können. Was haben wir da? Ja, Fleischschwanze. Nochmal. Tschack. Sehr gut. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn Stufe aufgestiegen geworden wäre. Wegen einer Fleischschwanze, ne? Und da haben wir noch ein paar Schwammerl, was ich so sehe. Was? Feldräuber? Ein Haufen Feldräuber und noch ein paar Orks. Okay. Das ist wieder ein Speichernwert. Für den Fall, dass ich zu ungeschickt bin und zu weit nach vorne hatsche. Haben wir da auch noch was drin? Nö. Hier ist alles sauber. Hui. Okay. Hoffen wir mal, dass es nur die beiden sind. Ja. Kachang, komm Kachang, Kachang. Mehr Kachang. Komm Kachang. Mach mehr Kachang. Jawohl. Alter, du dämlicher Elite-Krüppel. Kachang, mach. Mach. Klaue, mach. Jetzt mach doch. Echt. Klaue, Belias. Wirklich. Ihr habt ihr eigentlich. Ja, ja. Das war wieder so klar hier, ne? Komm schon. Blitzelblowing. Was? Aha. Da haben wir wieder den Entladepack. Jawohl. Gerne. Bitte, wenn du möchtest, du mal zu. Trottel. So. Ich kann es nur noch mal versuchen. Im Guten. Kannst du ja eh deppen. Den Elite vielleicht zuerst wegklatschen. Das wäre gar nicht mal so dumm. Ja, du Zaukerl. Kachang, Kachang. Und nochmal. Klopfen. Mach Kachang. Mach hinne. Jawohl. Wupp, wupp, wupp. Stufe aufgestiegen. Tja. Jawohl. Und blocken. Und blocken. Jawohl. Arschkopf. So muss das ausschauen. Sehr schön. Alter, da gehen die Stufen bergauf, ne? So muss das ausschauen. Da tun wir auch. Warte. Hoppla. Eins will ich mal kontrollieren. Nein, auch nicht mit Stufe. Aufgestiegen. Erhöht sich der Schaden unserer Klaue. Okay. Das wollte ich mal testen. Mal schauen. Also, dann tun wir fröhlich speichern. Tada. Und jetzt geht es den Feldräubern. Boah. Ich hoffe, dass da jetzt kein anderer Ork dabei ist. Jetzt geht es euch mal an den Krag. Aber da drin ist eine Elite. Komm. Der ist weg. Ein Wark, glaube ich. Ich höre ihn. Weiß aber nicht, wo er ist. Aha, da hinten. Komm her. Kommt er? Oder knurrt er nur so blöd herum? Nee, er kommt dann. Komm, komm. Ihr Beifuß. Du dämlicher Wark. Komm. Kachanga. 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 Mach jetzt. Blitzpläuung. Komm schon. Blitzpläuung. Ach, Gottchen. Jawohl. Wäh. Hör auf damit. Krrrr. Perfekt. Das läuft ja wie am Schnürchen. Haben wir die jetzt? Nein, habe ich noch nicht. Den da. Auch noch nicht ganz. Aber jetzt. Okay. Hm. Das überstehen wir jetzt nicht. Dann müssen wir was machen. Wieder saufen ohne Ente. So. Und da können wir gerade noch was essen. Hier zum Beispiel. Passt. Und speichern. Und hoffen, dass wir nur die zwei Deppen da holen. Wieder die Elite zuerst. Irgendwo habe ich. Okay. Toll. Sind wir zu dritt. Ne? Das wollte ich eigentlich nicht so haben. Alle hopp. Und alle hopp. Huia. Und alle hopp. Und alle hopp. Und alle hopp. Und alle hopp. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Wow. Ja. Das war klar. Dass er jetzt rumspinnen muss. Ey. Das ist wieder bitter. Komm. Jetzt ärgere mich doch nicht so. Ne? Ja. Ja. Zwei. Okay. So. Dann müssten wir in Sicherheit sein. Die Elite zuerst. Da. Chuck. 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 Mach hin. Du blödes Schwert. Ey. Du musst ihn doch nur umbringen. Völlig unmöglich, ne? Das kriegt er einfach nicht hin. Das kriegt er nicht hin. Unglaub ich. Das ist, wenn er ab und zu diesen Ladeback hat, ne? Dann funktionieren die Pfeiltasten nicht mehr so richtig. Ja. Das bin nicht ich. Glaubt man mir das? So. Ja. Kommt her. Ihr Arschgeigen. Äh. Unnötige Zeitverschwendung. Ja. Du bist auch ein Ugachaga. Ja. Ja. Wann mach ich gleich so Blitzelbläug? Ja. Ne? Dann funktioniert die linke Tasten. Funktioniert nicht so gut. Hör auf. Nicht zu schlagen. Echt Belia. Ja. Geht schon wieder schief. Geht schon wieder schief. Ist klar. Muss so sein. Geh. Jetzt häng ich da wieder, ne? Ach. Wie ärgerlich. Das ist ärgerlich. Darf ich halt nur geradeaus und rechts schlagen? Hilft nix. Ich kann noch froh sein, dass das Blocken funktioniert. So ein Dreck. Komm. Mach Blitzbläug. Idiot. Blöde Waffe. Echt? Ja. Ja, beim Falschen, ne? Ja. Der Erste ist hin. Jetzt mach. Warte deines Amtes, glaube ich. Komm. Nochmal. Komm. Jawohl. Passt. Harte Stück Arbeit, das ist, ja. Das schaut vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so aus. Das ist aber in Wirklichkeit wirklich richtige Knochenarbeit. Ja gut, das heilt auch nicht viel. Ja. Belassen wir es bei dem hier. So, ich dachte, das regt ein bisschen, also heilt ein bisschen mehr, aber nee. Nee, nee. Vergiss es. So, dann nehmen wir noch Käse und ein Stück Brot. Dann müssen wir mal was anderes essen, was die Waffe wieder und speichern. So, mal kurz auf die Uhr glübschen. Wie spät haben wir es denn schon? Ah ja, da geht noch was. Da, 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 da. Jetzt haben wir darum einen Wark. Dann ist noch so ein Krieger-Depp, was ich mitbekommen habe. Ich hoffe, dass da unten keiner steht. Nö, schaut gut aus. Komm, ja, du saufig. Okay, krepieren. Sterben du sollst. Alter, jetzt macht's wieder eine Blitz-Blitz-Blain, ne? Blitz-Blain. Ach, wozu? Brauchen wir nicht. So. Müssen wir halt wieder nochmal was trinken. So langsam verbrauchen wir doch schon alle Vorräte, ne? Yeah. Erstmal Bild Rotfisch. Sushi hat noch keinem geschadet. Das war gelogen, ich weiß. So. Da, 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 da. So. Bist du Freund oder... Nein, Feind auf jeden Fall. Aber kommst du... Ja, kommt allein. Sehr gut. Und fällt er runter? Nein. Komm. Blitzel-Blain. Blitzel-Blain. Jawohl. Sehr schön. Auf der Seite ist es nicht so stark besucht wie auf der anderen, ne? Also belagert. Boah, das ist schon wieder Elite-Krüppel. Ich nehm alles zurück. Ja, ich nehm alles zurück. Da ist alles zusammen. Bittl Kacke. Ja, nur einer. Das ist gut. Sehr schön. Das war echt großartig. Muss man sagen. So, jetzt dürfte es wieder ein Krieger... Ja, zwei. Blutpflege, du kannst dich schon mal schleichen. Alter. Elite zuerst. Elite zuerst. Elite zuerst. Ach, jetzt vergiss es. Laden wir gleich von vorn. Das kannst du schon mal vergessen. Meine Güte, echt. Ja, lass den Zauber doch. Ich weiß nicht. So. Jetzt, wo bist du? Mach den Blink-Blain. Mach jetzt Blitzel. Nein, Gott. Jawohl. Jetzt kann die Elite-Depp schon kommen. So. Können wir da durchschlagen? Nee. Das ist wieder so klar, ne? Komm her, du Arschkopf. Alter. Blitzfläuen. Komm. Jawohl. Noch mehr Blitzfläuen. Nochmal Blitzfläuen. Komm. Blitzfläuen. Jawohl. Einmal geht noch. Irgendwas geht noch. Komm. Nach hinne. Jawohl. Passt. Arschkopf ist besiegt. Sehr gut. Äh. Da war er. Sehr gut. Das lief super. Die Fälle nehmen wir natürlich alle mit. Sind alles Wackfälle. Die geben ordentlich Zaster. Das ist hervorragend. Schön. Passt. Dann gehen wir die nächsten Deppen an. Ja, zum Beispiel die Blutfläge hier. Dann tun wir wieder mal speichern. Komm her. Ciao. War es nicht ciao? Alter. Geht's her. Ja. Jawohl. Kacchan. So. Das tun wir wieder mal speichern. Weil es lief gut. Und weiter geht's. Bald haben wir es geschafft. Die Umrundung. So, ja. Und dann gehen wir mal lernen. Und zwar anständig. Ja. Komm her. Ist nur einer. Ja. Da ist bei weitem nicht so dicht. Nicht so dicht stationiert sind die Orks wie auf der anderen Seite. So. Passt. Passt. Ja. Auf jeden Fall, dass ich wieder verrecke. Ne, ne? So, du Wagn-Depp. Komm her. Das sind zwei Elite. Okay. Da drüben sind noch zwei Krieger. Zwei Elite, ein Krieger. Das ist wieder super. Also nichts. Kacchan. Passt. Na, ein Steckendes Schwert. Jawohl. Schön. Da gehen wir gleich wieder was trinken tun. Bröstelchen. So. Im privaten Spiel damals, also nur das normale Zweier-Gothik, da habe ich extrem Ressourcen gespart. Da bin ich jedes Mal, wenn ich verletzt war, bin ich in die Burg zurück hineingehatscht, bin geschlafen und habe weitergemacht. Mhm. Na ja, da kommen jetzt drei, ne? Vielleicht habe ich Glück und das Zelt hilft mir wieder. Weih. Zu früh. Zu früh. Schaut nicht aus. Schaut nicht aus, dass das eine gute Idee war. Aha. Was ist jetzt? Aha. Ich verstehe schon. Okay. Hab schon geschnallt. Gleich laden nochmal. Ach. Ob mich das hier schützen wird, ich bin mir nicht sicher. Komm, stirb doch. Es ist ja unglaublich, wie es einem da reißt. Geh, sterb, du blöde Org-Krüppel-Elite. Das darf ich nicht wahr sein. Geh, frecken. Stirb. Wo ist der letzte Depp? Oh. Ja, das war klar. Das waren, die waren zu viert. Aha. Wo der vierte auch immer herkam. Das, äh, ja. Das konnte nicht gut gehen. Ich hab auch schon viel zu viel kassiert. Sind dann das in Wirklichkeit vier? Das ist natürlich scheiße. Aber das hier gibt einen recht guten Schutz, trotz allem. Wenn man halt richtig steht, geht. Der ist erledigt. Stirb. Stirb. Will nach hinten. Wo sind die nächsten? Boah, alter. Der eine hat sich da festgegitscht. Boah. Der ist fast reingekommen. Komm, mach Chang. Chang. Ja, bring ihn um. Mach ihn fertig. Na los. Passt. Und der letzte Trottel. Puh. Komm her, du Kaival. Echt. Oh, okay. Lachen. Mach den Trottel. Trifte schon eher. Komm, Kachanga. Mach Kachanga. Äh, geht ja. Passt. Hui. Perfekt. Ja, so macht man das. So, ja. Passt. Schön ausluten. Alles perfekt. Die Waffe hier. Waffe da. Wunderbar. Dann die nächsten Opfer. So, da vorne sind... Ach, du Heilige. Das wird ja immer schlimmer. Äh, wieder was trinken. Alter, ich freue mich schon aufs Einkaufen. Das wird richtig übel. Alter, da geht's ihm... Alter Schwede. Ach, du liebe Zeit. Da vorne, ne? Ah, da wär schon gut. Da wäre es schon besser, mit dem Feuersturm zu arbeiten. Mana habe ich genug. So. Bis auf die Elite hier. Wieso stirbt hoffentlich? Komm, gestirbt. Jawohl. Das hat sich ausgezahlt, meine Lieben. Wie schaut's aus? Erfahrungspunkte-mäßig. Alter, gleich wieder Stufe aufgestiegen. Geilo. Fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, 8000 oder was das waren. Nice. Ich liebe die Feuerstürme. Echt. Muss ich sagen, ich liebe sie. So, ja, komm her, fliege. Tschak, weg ist sie. So. Da drüben haben wir noch einen Kriegerlein. Ich glaube, da drüben ist ein Schamane. Looten muss ich ein bisschen später. Der wird mich nämlich gleich angreifen. Oder der Waag zuerst. Aha. Beide. Interessant. Komm, Kachanka. Kachanka. Und nochmal. Passt. Der Waag. Jawohl. Geh sterben, saufig. Na, mach hin. Geh verrücken. Komm, sterben. Ja, mach. Alter. Geht, ja. Ach. So. Passt. Heilen und so, ne. Wie immer. Alter, ich glaube, ich habe schon bald 50 Tränke oder so runtergeschluckt. So, ja. Speichern und weiter geht's. Das wäre mal gut. Irgendwie so. Yep. Da zahlt sich definitiv noch einmal ein Feuerstürmchen aus. Boah, aber zuerst müssen die Wagen weg. Ich hoffe, es schaffen alle beide. Die müssen auf jeden Fall zuerst weg. Wir brauchen den Platz nämlich. Die sterben, saufig. Komm, blitzpläun. Nochmal, komm. Wenigstens du, stirb du wenigstens. Alter. Scheißviecher. Der will auch nicht sterben. Aber jetzt noch. Jawohl. Beide besiegt. Sehr schön. Was? Bär. Ich renne mal ein Stück. Scheint nur einer zu sein. Elite. Komm, block. Wieso er nie blockt? Das ist ein Wahnsinn. Drückst eh nach hinten. Will er nicht? Nö. Ist mir wurscht, ne? Das will er nicht. Mühselig. Kommt her, ihr scheiß Viecher. Ja. Hör auf zum Knurren und komm her. Sauviecher, Ländiges. So. Aber jetzt. Wir sterben echt. Verhast. So, ist gut. Nochmal trinken. Und den letzten Feuersturm verbraten. Ich hoffe, dass er da vorne am besten eingesetzt wird. Ist, tut. So, speichern. Halt. Das war jetzt zu viel. So. Wir haben noch einen Feuerregen. Feuersturm, hab ich gesagt, ne? Du, steh weg. Schneller. Sterben. Sterben. Meine Güte. Du sollst sterben. Du blöder Scheißdreck. Zückt mir die Nase. Komm her. Jawohl. Aha, da kommt noch einer. Na los, komm her, du. Bist, Kerl. Fast. Schön. So hat es auszuschauen. Wie schaut es denn eigentlich aus? Okay. Da blüht er mal alles weg. Da ist nichts zu holen. Weg mit dir. Weg mit dir. Halleluja, Maracuja. Aber es hat leider nicht alle dahin gerafft. Die Elite sind halt einfach zu stark. Da wäre es auch gut, wenn ich gleich was trinken tue. Boah, das hat uns fast unser Leben gekostet. Aber das waren sehr viele Orks, die wir erledigt haben. Man hat es bei den Punkten gesehen. Das waren 5000, die wir bekommen haben. Ich musste gerade leise sein. Ich habe gedacht, der Waag hat mich entdeckt. Wir haben jetzt kein Feuerstümmchen mehr. Leider. Das heißt, wir müssen diese Bastarde so versuchen zu besiegen. Die Elite kommt zumindest schon mal. Mehr brauchen wir auch nicht. Komm her, Kack-Elite. Ich glaube... Wow. Der hat sich irgendwie festgeglitscht, der Depp. Wow. Ja, der schert sich nimmer, ne? Na toll. Toll. Das hat super hingehauen. Das war super. Boah, ey. Hui, das ist noch ein ganz schönes Stück Arbeit hier. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Halleluja, ich glaube, ich habe eh schon... Ähm... Ja. Der Part wäre zu Ende. Äh, der Part ist zu Ende. Dann stelle ich mich mal hier hin. Ha! Wisst ihr was? Wir looten das hier noch fertig. Das habe ich nämlich komplett vergessen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Die lud man auch schnell aus. Und dann... Nichts zu holen. ...würde ich vorschlagen... ...währen wir den Part beenden. Dumm ist eine Höhle, okay. Die hatten wir jetzt schon, ne? Hatte ich euch auch schon, ja? Weil die Wags sind am wichtigsten. Und die Elite da vorne, die hatten wir auch schon, ne? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nur ganz da vorne, die Krieger noch nicht. Die sind dann im nächsten Part zum Loot her, insofern wir hier die nächsten Orks und den Wag da besiegen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!